Maranatha, der kommt. Eine Andacht von Al-White. Satanische Wunder. 2. Teil. 19. Juli. Und es tut große Zeichen, so dass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Augen der Menschen. Offenbarung Kapitel 13, Vers 13. Während das Volk Gottes den Gefahren der letzten Tage immer näher kommt, hält Satan mit seinen Engeln ernste Beratungen. Sie suchen den erfolgreichsten Plan zu legen, um es zum Aufgeben des Glaubens zu veranlassen. Er sieht, dass die Volkskirchen durch seine betrügerische Macht bereits in den Schlaf gewickelt sind. Durch unterhaltsame Spitzfindigkeiten und lügenhafte Wunder kann er sie weiterhin unter seiner Herrschaft halten. Deshalb beauftragt er seine Engel, ihre Schlingen besonders für solche zu legen, die auf die Wiederkunft Christi warten und sich bemühen, alle Gebote Gottes zu halten. Wir sind davor gewarnt worden, dass er in den letzten Tagen mit Zeichen und lügenhaften Wundern arbeiten wird. Und er wird mit diesen Wundern bis zum Abschluss der Gnadenzeit fortfahren, damit er mit ihnen beweisen kann, dass er ein Engel des Lichts ist und nicht der Finsternis. Satan wird sich einschleichen, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Er behauptet, Christus zu sein. Er tritt auf, als sei er der große ärztliche Missionar. Er wird vor den Augen der Menschen Feuer vom Himmel fallen lassen, um damit zu beweisen, er sei Gott. Durch diese lügenhaften Wunder wird der Teufel die Welt einfangen. Er wird vor den Augen der Menschen Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lassen. Er wird Wunder wirken und diese übernatürliche, wunderwirkende Macht wird die ganze Welt gewinnen. Einige werden versucht sein, diese Wunder als von Gott kommend anzunehmen. Die Kranken werden in unserer Gegenwart geheilt werden. Wunder werden vor unseren Augen vollbracht werden. Sind wir auf die Feuerprobe vorbereitet, die uns erwartet? Wenn die lügenhaften Wunder Satans in größerem Ausmaß vorgeführt werden, werden nicht viele damit überlistet und eingefangen? Weil sie von den klaren Vorschriften und Geboten Gottes abweichen und auf Fabeln hören, bereiten sich viele innerlich darauf vor, diese lügenhaften Wunder anzunehmen. Denn jetzt müssen wir alle danach streben, uns für den Kampf zu wappnen, in dem wir uns schon bald engagieren müssen. Der Glaube an Gottes Wort, das unter Gebet studiert und im Alltag ausgelebt wird, ist unser Schutzschuld gegen Satans Macht und wird uns durch das Blut Christi zu überwinden machen. Maranatha, der Herr kommt.